Dieser Idiot! Das ist doch ein... Schwachkopf. Geh raus! Okay. Bam bam! Buff! Uff! Komm mal hier weg, danke! What the hell? Scheissgeschütz! Scheiss! Okay. Hier nochmal kurz speichern. Vielleicht ein Zugangscode für den Rechner. Ja. Mor... Fff... Ffff... 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 Zehn... Das war alles? Wow! Ach, nöd! Nee, ne? Aha! Das war ein guter Trick! Habt ihr ja gesehen, der Pfeil wurde nicht unzettet. Das war's. EMP. Hey, komm sie raus! What the hell? Komm, ver-kiss das mit deinen EFPs! Die ganze wegpacken braucht kein Mensch! Oh! 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 Okay! Mal kurz checken! Vier Gegner sind im Raum! Vier Gegner einlösen! Oh! 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 Ach, dass die auch nix dazulernen. Dass die auch nix dazulernen. Okay, hier ist doch nix. Dann hier einmal. Einen neuen Zugangscode. Okay. Dann gehen wir mal hier hoch. Scheint alles leer zu sein. Oh. 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 Woah. Oh. 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 Mann, Mann, Mann! Warum brauchst du fast mehr? Nein! Verdammt! Letzter Spielstand laden. Okay. Das war wohl nichts. Hey, hallo, mein Freund! Das hat doch gar nicht wehgetan. Okay. Als erstes wollte ich hier mal speichern. Dann wollte ich hier die Pumpgun mal hin tun. Beim Inventar hier Zugangscodes holen. Scheint aber allerdings nicht der Richtige zu sein. Nochmal kurz. Was? Gespeichert. Wow. Was? 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 Nein. Nein. Ich bin die Hörabläusung. Nein, ich habe eine ständige Genehabe in der altenen Läu. Okay. Okay. Kommt doch her. Bleib! Wow! Krass! Nein! Okay, ich beende hier diese Aufnahmesession. Die 100. Aufnahmesession. Keine Ahnung, wie viele Aufnahmesessions ich jetzt schon gemacht habe. Ich zähle auch nicht. Ist ja im Prinzip auch egal. Na ja, ich verabschiede mich hier. Und sage jetzt, Tschüss, meine lieben Zugfreunde. Ich werde mich freuen, wenn ich euch bei den nächsten Aufnahmesession, bei den nächsten Videos, bei anderen Projekten oder auch überhaupt wieder begrüßen dürfte. Also, Tschüss, meine lieben Zugfreunde. Haut rein! Tschüss! Tschüss! Tschüss!